Wow. Bam. Geschafft, geschafft. Sag dich doch, da war ein Stern. Hat so geglitzert. Kann man auch... Kann man auch Stern sagen. Kann man auch Stern sagen, ist aber ein Mond. Ich weiß, aber kann man auch Stern. In diesem Mario gibt es Monde, keine Sterne mehr. So Freunde, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Natürlich wieder dabei ist die Kimi. Hi. So, und ja, wir haben den ersten Abschnitt im Forstland abgeschlossen. Und jetzt sind wir, wo sind wir? Ah, wir sind an unserem Schiff. So, wo müssen wir hin, Schatz? Dahin. Da. Da müssen wir hin. Das heißt, wir reißen schon mal eben dahin. Okay? Weißt du, was wir... Jetzt hat Papa einen Fehler gemacht. Weißt du, wir hätten kaufen können? Wir hätten ja Sachen kaufen können. Sollen wir nochmal zurück? Zum Schiff? Ja. Weil wir können ja... Wir haben jetzt ja genug Münzen. Jetzt können wir ein paar Sachen kaufen, die hier zu passen. Weißt du? Ah, ja. Sollen wir das machen? Gut. Super Mario! Was ist das? Was ist das denn? Was war das denn? Blumen... Blumen, die können so... Die mich so schnell machen? Ah. Okay. Versuch mal. Nochmal versuchen? Ja. Wer hast du das denn hingekriegt? Die bringen dich da hin. Die bringen dich irgendwo hin. Was ist denn hier? Die haben... Die Blumen bringen dich irgendwo hin. Okay. So, Schatz. Ich kenn diese Blumen. Du kennst diese Blumen? Okay. So, lass uns mal gucken. Du würdest das kaufen? Ja. Ehrlich? Ja. Also ein Laborvisier. Aber wir können den Laborkittel dazu nicht kaufen. Ist doch egal. Ist egal? Na gut. Wenn du das möchtest, dann kaufen wir das für dich. Wir ziehen das auch sofort an, okay? Ja. Und Papa möchte das. Ja. Okay? Ja. Darf ich das kaufen? Ja. Danke. Da bin ich da. Mal gucken, wie wir jetzt aussehen. Pfff. Äh. Hahaha. Okay. Okay. Hahaha. Okay. Bist du bereit? Dann... Du hast diesen Mantel ausgesucht. Ja. Der sieht schon lustig aus, ne? Ja. Mit Haaren. Mit Haaren. Okay. So. Ich hab nur den, oder? Das ist kein Punkt. Wo müssen wir hin? Wir müssen da hoch. Bereit? Mhm. Der guckt uns so an. Ja, der denkt sich auch, was sind das denn für welche? Äh, ja, genau. Nein. Nein. Bin ich denn hier richtig? Ja. Ah. Zurück? Ah. Was ist das denn? Naja, war schlecht jetzt, ne? Jetzt hat er uns wieder runtergeworfen. Ich glaub das nicht. Papa, warte, da ist irgendwo ein Eingang, siehst du? Sind sie schreit? Dann gehen wir jetzt hier gucken, okay? Ah. Boah, was ist das denn? Ein Panzer, hau mal drauf. Boah. Okay. Müssen wir noch irgendwas abschießen? Ne, ne? Ne. Zieh am Hebel und erhalte einen Samen. Ah. Ah. Krieg ich noch ein? Warte mal. Können wir damit jetzt... Können wir damit jetzt zurückreisen? Mit dem Samen? Weil, da hast du gesehen, da konnten wir auch einen einpflanzen am Anfang. Hat der jetzt den Samen noch oder hat er den nicht? Ne. Ne, natürlich nicht. Wäre aber wieder zu schön gewesen, ne? Hat den Samen nicht. Ne, hat er nicht mehr. Na gut, nicht schlimm, aber am Versuch war es wert. Schnell, 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 schnell. Das sind lila Münzen. Ja. Aber ich weiß doch nicht, wie wir da drankommen. Ah, warte. Ich gehe mal runter. Aber so... So kommen wir da nicht dran. Da kann ich mir auch nicht dranhangeln. Warte, 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 warte Scheint nur Geld, ne? Die Ladestation. Ah, warte mal. Was können wir? Können wir auch was machen? Das war aber auch mehr Glück jetzt, ne? Und bei den anderen? Bitte? Bei den anderen? Ja, ich glaub da nicht. Ich auch nicht. Nee. Aber, weißt du, was wir machen können? Was? Können ja hoch und Münzen sammeln. Weißt du was? Boah, das war nur Intuition. Okay, wie kriegen wir den denn jetzt hier weg? Gar nicht, ne? Nee, ich glaub, der müsste sauber sein. Okay. Da runter, da runter. Und... Warte, warte, ja. Ah, warte mal. Ich glaub, wir müssen ganz viel... oi, 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 oi. Äh! Hinter dir! Ja, ich weiß, ich weiß, Schatz. Ich weiß, ich weiß. Hahaha! Wir müssen die drei da auffangen. Und schwupp. Ja! Denn wir müssen hier hoch. Oh, guck mal, die ist verliebt in uns. Die schenkt uns den. Weil die uns liebt. Fertig? Ich hab die aus von denen weggemacht. Ist nicht schlimm. Wir machen jetzt die... Nicht alle wegmachen! Ah, nein. Marcel, du Idiot. Ah! Werf mal schon drauf. Danke. Weil? Kommen wir da unten drunter? Nee. Aha! Der kann dich sogar bücken. Das wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Ja. Ah, du wusstest das schon wieder? Mhm. Ah, du weißt aber auch alles, ne? Äh! Wann los? Warum gehst du wieder raus? Ja, weil wir da nicht mehr lang müssen. Wir müssen jetzt hier hoch. Schnell! Also, uns fehlen immer noch vier Münzen. Hau mal schnell auf den Panzer hier. Danke. Kannst du ausschießen? Nee, du kannst so die Mütze, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Was hab ich da oben gesehen? Da. Münzen. Möchte auch einmal schießen. Du willst ausschießen? Einmal. Ja, ja. Ja, genau. Mach mal alles weg. Hier musst du lenken, genau. Schieß mal. Hau mal feste drauf. Weiter, immer fester. Weil ich bin der Meinung, hier wird bestimmt irgendwo ein Mond liegen. Also, glaube ich. Jawohl, alles klar. Hast du super gemacht. Dankeschön. Da, eine Fahne. Nein, 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 nein. Nicht wieder nach unten, ne? Doch. Guck mal, da. Wo? Ja, gut, ne? Haben wir gut gesehen. Hier, du musst mir wieder helfen. Ah, nicht ganz runter. Sag dich doch. Ja. Nicht ganz runter. Hast du gut gemacht. Hey, so dreckig. Was ist los? Äh. Wenn diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Okay. Ja, das wissen wir ja, ne? Mit den Blumen haben wir ja schon. Ach so. Ähm. Herzchen. Herzchen! Okay. So. Werf mal auf alle Blumen, die du siehst. Ups. Wir müssen mal. Okay. Geradeaus hoch. Fertig. Scheiße, 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 scheiße. Ah. Da. Eine Fahne. Jetzt gibt es aber viele Fahnen, ne? Ja. Ja. Wow. Danke. Nein, 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 nein. Warte. Worauf? Wir müssen den Mond doch einsammeln. Welchen Mond? Welchen Mond? Da hinten. Guck mal, da ist einer. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Da war doch irgendwo einer. Geht schwer. Wow. Bam. Geschafft, geschafft. Sag dich doch, da war ein Stern. Hat so geglitzert. Kann man auch Stern sagen. Kann man auch Stern sagen, ist aber ein Mond. Ich weiß. In diesem Mario gibt es Monde, keine Sterne mehr. Verteidige das geheime Blumenfeld. Schaffen wir das? Aber ich möchte jetzt eigentlich die Könige retten. Die Prinzessin? Ja. Schatz, ich kann doch nichts dafür, wenn der böse Bowser uns immer mehr Steine in den Weg legt. Müssen wir da runter? Bist du sicher? Ich glaube doch. Bist du bereit? Sollen wir Arschbombe da runter machen? Warte jetzt. Hehehehe. Hoppsa. Oh oh. Schatz, du musst die einmal für mich mit dem Hut machen, bitte. Danke. Oh, das wollte ich aber nicht kaputt machen. Blumen, 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 Blumen. Muss alle Blumen haben. Oh oh. Das ist ein Boss-Gegner, ein End-Gegner. Bist du bereit dafür? Upsala. Mach dich bereit, Schatz. Oh Gott. Was müssen wir machen? Okay. Okay. Und jetzt? Ach, da hinten ist noch eine. Boy. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Was muss ich denn machen? Zerschmettere die Blöcke drumherum. Mach mir nochmal so eine Blume hier, bitte, Schatz. Danke. Hä? Was müssen wir denn? Ich habe nicht gesehen, was wir machen müssen. Tut mir leid. Ja, und jetzt? Ich weiß. Alles klar. Okay, wunderbar. Wow. Wow. Oh. Okay. Okay, wieder die Blöcke, ne? Okay. Und nächster. Alles klar. Ich sehe nichts. Ja. Einmal noch. Wir schaffen das, Schatz. Wir schaffen das. Komm her, Hut. Komm her. Uhuhu. Uhuhu. Oh Gott, hilf mir, hilf mir. Wow. Okay, bereit? Ja, los. Okay, jetzt bewegen die sich jetzt? Nee. Schatz. Ja. Geschafft, Schatz. Schatz. Das dürftest du nicht machen müssen, ja? Das dürftest du aber nicht machen, ne? Warum? Weil es viel groß war. Möchtest du die einsammeln? Dann spring mal. Unten, ja. Jawohl. So, wir müssen die letzten... Es duftet nach Blumen. Okay, rein damit. Danke. Ja, wir haben es geschafft. Bitte. Die Ordicee ist leistungsfähiger. Wo fliegen wir heute hin? Ich will gucken mal. Wir können jetzt in Seeland reisen. Vielleicht spüren wir dort Bowser auf. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall hinreisen. Ne? Okay? Dann gehen wir da rein. Nimm den Controller und mach dich bereit. Warum sagt der Mario dann? Mario Time. Ne, ne, ne. Kimi und Whitey Time. Äh. Warum guckt der dann immer aus dem Fenster an? Ja, ist doch eine schöne Aussicht. Nicht? In diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut, wir müssen Bowsers üble Machenschaften beenden. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp der Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzigelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue folgendes. Bewege den Pro-Controller rückwärts, seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Äh, ein nächster Stopp ist das Seeland. Äh, das soll ganz bekannt sein für seine Mode. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid. Ist das nicht die Prinzessin da unten? Ne, das ist das Kleid. Das heißt das Schnixenkleid. Das gibt es dort. Ah. Ja. Da gibt es das Schnixenkleid. Gut, ne? Seeland! Seeligant! Gehst du immer da runter? Ne, ne, mach das selber. Brodels! Über dem See. Da sind schon wieder die Hasen. Und da kommt der Lange! Oh weh, die heißen Brodels sind auch hier. Natürlich sind die auch wieder hier. Was müssen wir denn jetzt einsammeln für... Tropfen, so sah aus wie Tropfen. So. Da vorne ist eine... Aber was für Möhnse müssen wir denn einsammeln? Da vorne ist eine Meerjungfrau? Oder ein Fisch? Ich weiß es noch nicht. Wir werden es aber sehen. In der nächsten Folge. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Bis dann, Freunde. Alles Gute. Was machst du denn jetzt? Ne, 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 ne. Wir spielen weiter. Ja, ja. Aber erst nächste Folge. Peace. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017